Finde einen ruhigen Platz bei dir zu Hause oder bei dir im Auto oder wo auch immer du gerade bist, wo du nicht gestört wirst. Setz dich hin mit den Füßen auf den Boden. Du kannst dich auf einen Hocker setzen, einen Stuhl, einen Sessel oder dich auch auf den Boden setzen mit geradem Rücken. Das ist wichtig. Wenn dir das schwerfällt, lehn dich einfach an eine Wand oder so wie ich an einen Schrank. Du kannst dafür das Video gerne stoppen, bis du einen Platz gefunden hast. Wenn du dann einen Platz hast, dann entspann deine Schultern, schließe deine Augen und beginne durch die Nase ein- und auszuatmen. Und ein- und aus. Geführte Meditation beginnt jetzt. Spüre beim Einatmen ein Gefühl von Dankbarkeit. Du brauchst dafür keinen Grund zu haben, einfach nur das Gefühl von Dankbarkeit. Atme es ein und dann schicke es beim Ausatmen in die Welt hinaus. Spüre die Füße auf dem Boden, deine Hände, deinen Körper und alles, was deine Haut berührt, sei es der Boden, die Wand, deine Kleidung oder oder die Luft. Beim Einatmen spüre, dass du das Beste bist, was dir jemals passiert ist. Und fühle, ich liebe mich mehr und mehr. Ich bin wertvoll und ich bin es wert, in allen Bereichen meines Lebens weiterzukommen. Ich erkenne Gesundheit und Vitalität als einen natürlichen Teil meines Lebens. Ich bin erfolgreich, glücklich und entspannt bei was auch immer ich tue. Wohlstand und Fülle können jetzt zu mir kommen, durch alles, was ich tue. Alles und alle bereichern mich jetzt und ich bereichere alles und alle. Konzentriere dich nun auf etwas, das du lösen möchtest. Sprich innerlich mit mir mit. Ich bitte darum, dass alle bekannten und unbekannten negativen Bilder, ungesunden Überzeugungen, destruktiven Erinnerungen und physischen Probleme in Bezug auf dieses Thema geheilt werden, indem sie mich mit Liebe, Licht, Leben und Wahrheit füllen. Ich bitte darum, dass die Wirksamkeit dieser Heilung für mein höchstes Wohl und das aller auf das höchste Niveau gesteigert wird. Ich bitte darum, dass es sanft, einfach und schnell ist. Halte nun deine Finger an die Stelle zwischen deinen Brauen mit etwa 5 bis 10 cm Abstand zu deinem Kopf. Denke nun an etwas, bei dem du dich gut und voller Liebe und Freude fühlst. Konzentriere dich auf das Gefühl und lass es durch deinen Körper fließen. Halte deine Finger nun in Richtung Hals, dort wo der Adamsapfel ist. Konzentriere dich weiter auf das schöne Gefühl. Wenn du von anderen Gedanken abgelenkt wirst, ist das okay. Kehre einfach zu dem Gefühl zurück, denk daran zu atmen und dich weiter zu entspannen. Halte deine Finger als nächstes links und rechts in Richtung Kiefer. Atme tief an und aus, lass das schöne Gefühl weiter durch dich fließen und entspanne deine Schultern. Die nächste Position sind die Schläfen an der Seite deines Kopfes. Konzentriere dich einfach auf das Ein- und Ausatmen, wenn du Schwierigkeiten hast, dich zu entspannen oder auf das schöne Gefühl zu konzentrieren. Tief ein und aus. Komme zur ersten Position zurück, an die Stelle zwischen deinen Brauen. Bringe deine Finger nun Richtung Hals zum Adamsapfel. Weiter zu den Kieferknochen links und rechts. von deinem Gesicht. Nun zu den Schläfen links und rechts an deinem Kopf. Wieder zur Stelle zwischen deinen Augenbrauen. weiter zu deinem Hals. Weiter zu deinem Hals. weiter zu deinem Kieferknochen. links und rechts. links und rechts. links und rechts und rechts. links und rechts. links und links und links. hin. antrat, r salp horizonte. desn tri двen n friends. über dwa. Und atme entspannt ein und aus. Konzentriere dich nun einfach auf deine Atmung. Lass sie fließen, wie sie natürlich fließt, ohne sie irgendwie zu manipulieren. Beobachte, wo sie hinfließt, in den Bauch, in deine Brust, wie sich dein Bauch und Brustkorb heben beim Einatmen und Senken beim Ausatmen. Spür, wie die Luft durch deine Nase, zu deinem Rachen, in deine Lungen hineinkommt, die Luftröhre hinunter. Wie sie beim Ausatmen vielleicht ein bisschen wärmer ist. Und nun lass deinen Gedanken freien Lauf. Wenn sie etwas denken wollen, dann lass sie. Lass sie einfach frei sein. Lass sie einfach frei sein. Kehre nun langsam in die Realität zurück. Höre, was um dich herum ist. Bewege deine Finger. Wache mit den Zehen. Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen. Die Meditation ist hiermit beendet. Wenn dir die Meditation gefallen hat, schenk mir einen Daumen hoch und du magst, kommentiere, woran du gedacht hast. Wenn du mehr von mir wissen willst, dann komm rüber auf rotoweb.com und nördlich zum Newsletter an. Vielen Dank, dass du da warst und alles Liebe.